Ab dem 19. September wird es ereignisreich auf Anixe Plus. Wir präsentieren Ihnen die Krimiserie Las Vegas aus der Feder von Gary Scott Thompson, dem Drehbuchautor von Fast & Furious. Das Montecito Resort Casino in Las Vegas. Für die einen schillernde Kulisse für Glücksspiel und Kriminalität, für das Sicherheitsteam ein knallharter Arbeitsplatz. Als Augen des Casinos sorgen Sie hinter den Kulissen der Glamour-Welt für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf. Las Vegas, die neue Serie auf Anixe Plus. Unbedingt einschalten.